Auf dem Mond zu parken ist anscheinend leichter, als in den Städten der Bundesrepublik einen Parkplatz oder freier Fahrt auf den Autobahnen zu finden. Alle Jahre wieder bricht hier der Verkehr in der Urlaubszeit völlig zusammen. In Nordrhein-Westfalen ging Innenminister Weyer persönlich in die Luft, um in einem Polizeihubschrauber den Verkehrsfluss zu regeln. Die Polizei zählte an diesem Morgen pro Minute 45 in südlicher Richtung fahrende Autos. Später sogar eins pro Sekunde. Sobald es zu einem Stau zu kommen drohte, waren die Hubschrauber zur Stelle. Die häufigste Ursache solcher Zwangsaufenthalte sind Auffahrunfälle. Mater L. Pferd kommen. Entsenden Sie uns einen Krankenwagen zur Anzustelle Langenfeld, Fahrt Richtung Süden. Rangenfeld, Anschlusser Langenfeld, Fahrt Richtung Sieden. Ich schicke die Jungen lieber nach dort. Der Großeinsatz der Nordrhein-Westfälischen Autobahnpolizei war nicht umsonst. Und Willi Weyer, der Spiritus Rektor der Urlaubsaktion, zeigte sich befriedigt und hoffnungsvoll. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir in diesem Jahr keine Stauung auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen im Fährenverkehr haben. Ich glaube, es liegt an drei Maßnahmen. Erstens, dass wir keine Baustellen haben. Zweitens, dass wir an einigen Engpässen die drei Nagelspur eingeführt haben. Und drittens glaube ich auch, dass durch die präventive Tätigkeit der Autobahnpolizei der Verkehr viel normaler läuft, als das vor einem Jahr noch der Fall war. Ich hoffe auch, dass bei der Rückflut aus dem Fährenverkehr ebenfalls keine Stauungen auftreten werden. Dieses Pferdefuhrwerk trabt beileibe nicht über deutsche Autobahnen. Die sind für Pferde gesperrt. Wir wollen bei unseren holländischen Nachbarn rasch, ehe es zu spät ist, einen Mann bei der Arbeit beobachten. Wir wollen auf planen aus dem Fähren, in der Betterer